herzlich willkommen zu einem part von heyday derby rückblick wir blicken ausfangen der derby zurück die dritte gemeinschaft wo er im moment sehr viel chaos ist und dazu kann ich noch mal sagen es ist die dritte gemeinschaft nicht die erste die dritte also falls mal etwas nicht so laufen sollte zum beispiel aktivität oder obwohl die aktivität eigentlich sehr gut ist oder so als andere sachen halt normal ist als halt die dritte sind die richtigen high level spieler sind halt die dritte habe ich auch von anfang an gesagt ist halt eine gemeinschaft zum einstieg da kam ein bisschen derby üben deswegen sind die regeln da auch nicht so streng und ja ich bin also für eine dritte jetzt vielleicht ein bisschen schwach an aber finde ich die gemeinschaft richtig richtig gut weil bei der dritten die spielte erste liga hält sich konstant in der ersten liga und es sind weil nicht selbstverständlich deswegen die gemeinschaft richtig gut und macht schon ein besseres ergebnis als vor vier wochen das ist doch sehr gut ist auch immer so konstant so ungefähr bei 2000 sagen wir richtig gut das 78.000 nice und hier elfter geworden also auf jeden fall platz gehalten also richtig gut finde ich der liste einer hat derby verkackt und ja heytube 1 4 oder so ist 15 11 nick 19 punkte mehr 15 30 uli 1899 dann komme ich 1994 soeben an der 2000 renns vor ich hatte auch noch eine aufgabe die habe ich nicht mehr geschafft weil ich am sonntag nicht mehr und war der dude 2850 das riesenunterschied zwischen mir und dann kommt die king hat 2880 und dominik mit zehn aufgaben 3080 also richtig richtig gute leistung wieder von der dritten jeden fall sehr stolz drauf aber auf alle drei sowieso gucken wir uns die spendenliste an da wird ist mir auch oft von benefarm erbetet viel wird mir auch schon oft geschrieben dass er wenig spendet und nur viel erbetet also bene falls das video siehst mal bitte ein bisschen darauf achten ich weiß nicht genau ob du auch so viel abgibst ich meine ich hätte das mal gelesen erst dem einmal hier was gehen was den anderen da aber mal ein bisschen darauf achten ja sie doch ganz gut dass ich spenden müsste was hat maggie für uns das hässliche gedacht man maggie holen wir mal was gescheites geht ja gar nicht geht ja gar nicht ne kacke aus ok farm wechseln ich habe übrigens für live stream für spenden sound neues neuen ton ich werde sowieso noch mal ein bisschen überarbeiten also hier habe ich auch eine belebenaufgabe habe ich mir auch nicht abgeschlossen auch vergessen naja wie gesagt wir haben sonntag kaum on hat auch echt wenig zeit und die zweite ist sieht nach dem vierten platz aus 10 ok 10 der platz geht auch und zucker säge klären klärwand brett brett wo ich nehme ja mal schrauben schrauben brett klärwand und klärwand oha kriegt ja viel klärwand heftig 248 13 21 62 ein bisschen schlechteres ergebnis war ich glaube vor vier wochen war 400 der derby also sehr gute leistung 74.000 star sind hinter der dritten ne kann nicht sein müssen vor der dritten sein aber auf jeden fall auch gute platzierung top 100.000 so jeden fall voll in ordnung voll voll in ordnung und der will ist dann julius julius 1823 die bayern 2003 soeben die 2000 geknackt ich glaube zu wenig zeit immer ganz sicher felix 2063 dann ich mit 15 punkten mehr mada 2240 lachy 2406 mit neuen aufgaben bei wacke lieb 2444 patrick hat kein bock warum patrick was los 24 97 lara 285 martin akat hier fahren 2836 lukis lauf haben mit zehn aufgaben 3200 und die caroline mal wieder mit zehn aufgaben 3200 wieder auf platz 1 ja geil 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 spenden müsste spenden liste es gibt übrigens also will jetzt noch nicht zu viel sagen aber das nächste derby ich hab's bis diesen noch nicht fertig gekriegt versucht falls ihr in einer von meinen gemeinschaften seit so viele punkte zu machen wie möglich müsst ihr natürlich nicht freiwillig aber ich kann es euch nur empfehlen weil für das nächste derby rückblick gibt es was neues beziehungsweise was neues altes das ungefähr ein jahr her und für alle die die schon mal vorgucken wollen müssen ungefähr ein jahr zurück gucken da hat sie das schon mal ja deswegen macht man versucht mal so viele punkte zu machen wie es geht muss da mir noch einiges für vorbereiten werde ich jetzt diese woche machen auch nur scheiße den finde ich besser als das was es jetzt ist aber ich meine kämpfe nicht 50.000 ausgeben oder na doch komm scheiß drauf sowas kauft man sich nur einmal im jahr ole ole naja ok reicht jetzt kann ich nicht singen auf zur ersten also elfter zehntag und was ist die erste ich glaube die ist erster geworden bin mir nicht ganz sicher ich gucke extra nicht auf die platzierung damit ich immer ein bisschen überrascht bin irgendwie spinnt mein bluestacks die ganze zeit tomboy was hast du und erster platz ja geil 500 punkten unterschied erster platz wird die erste letzte seite öfters und klebeband der wenn du das habe ich genug ich habe alles genug scheiße in der spitzsacke ne ich nehme an alles puzzleteil wenn ich ne bretter ich könnte jetzt die giraffe freigeschaltet haben ja oh giraffe willkommen im klub direkt einen namen geben direkt ich habe schon direkt einen namen 26 tausendster bei dem ersten platz freue ich mich der liste die habe ich am letzten mal vergessen sorry nochmal der steffen 2473 hat unter 25 aber ich habe gedacht er schafft es noch aber hat er anscheinend nicht er hat aber auch probleme weil eine aufgabe war nämlich verbuggt deswegen ist das voll in ordnung also 2473 auf jeden fall noch gute leistung der zocker 2729 die fanny 28 28 lolly 2836 der jonas 2865 die maggie miss meckes 2880 9x320 der winky 2333 margit 345 tanja 358 rentner 375 janni 5 punkte mehr ich 6 punkte mehr elida 3 punkte mehr hat es mich um 3 punkte geschlagen ja stich ins herz die sanjo 9 punkte mehr als elida und jannik winfried dominik 3-2 gute leistung sehr gute leistung mensch fast hier nur 320er gemacht ne alle ja ab janni ungefähr ja gut die rentner auch noch ah eigentlich alle die 10 aufgaben gemacht haben winky hier unten mir ist das manchmal auch egal welche aber ich versuche jetzt nur 320er zu machen vor allem im nächsten derby wenn ich auch mal wieder max derby spielen ein bisschen let's go so spendenliste sanjo spendet nur die erbittet nie was dominik auch 110 wieder haut da einfach wieder 110 raus cool so maggie oh warte erst tom tombo hässlich 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 scheiße auch sieht scheiße aus obwohl in kombination sieht das gut aus aber nö boah was krieg ich denn für eine kacke hier ich brauche ein anderes dach oder hier mache ich mir mal mehr auswahl wo man straßenwahrer so schon cool aussieht finde ich naja sieht blöd aus das muss immer mittig sein aber so ah ii abgelehnt antrag abgelehnt was ist das zweifarbig kupfer zweifarbig kupfer farben was ist das für ein reifen zweifarbig kupfer farben hä verstehe ich nicht was für ein komischer name bestimmt ein übersetzungsfehler boah cool mit nä das sollte bestimmt heißen zweifarbig kupfer speichen oder irgendwie sowas oder zweifarbige kupfer reifen oder was auch immer irgendwie so aber nicht zweifarbig kupfer farben das hört sich ja voll behinder an ist irgendwie voll so weiß ich nicht falsch an es hört sich einfach falsch an ok leute ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt nächstes derby reinhauen kann ich nur empfehlen wir sehen uns beim nächsten mal wieder ja haut rein und ciao heute gibt es übrigens einen livestream falls ich es noch nicht gesagt habe wann genau weiß ich noch nicht eher so mittags durch abends bis dahin haut rein und ciao bis zum nächsten mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020